Stell dir vor, du warst Ostersonntagmorgen auf und überall blühen solche Osterglocken vor deiner Tür, bei den Nachbarn, die ganze Straße runter. Das Flensburger Oster-Bam! Auch die Bibel erzählt von einer Überraschung. Frauen kommen ans Grab Jesu und finden es leer vor. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, sagt der Engel den Frauen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ich habe eben da drin 10.000 solcher Osterglocken gestellt für euch, für die Flensburger Oster-Bam-Überraschung. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Schnapp dir diese Dinger, pflanze sie ein, steck das offizielle Oster-Bam-Tienchen dazu und pflanze das Ding deiner Freundin vor die Tür, der Oma, wem auch immer, wo es dir einfällt und gefällt. Und lass es Oster-Bam! Und lass es Oster-Bam!